Ich bin schockiert, wir müssen reden. Wahrscheinlich kennt ihr mich, ich bin Sinto und YouTuber und ich bin heute das erste Mal seit acht Jahren wieder in Berlin. Im Rahmen einer Studienreise für Sinti und Roma. Im Vorfeld habe ich mir auch die Zeit genommen, zum Holocaust-Mahnmal zu gehen, um meiner Familie und unseren allen zu gedenken. Da ist eine Schulklasse reingekommen, die sich darüber amüsiert hat und erst gewitzelt hat, da wäre Hitler beerdigt. Dann haben sie gesagt, lasst uns doch unsere Schuhe putzen, haben sie dann auch gemacht. Und dann haben sie sich gegenseitig dazu angestiftet, Geld hineinzuschmeißen, als wäre das eine Art von Wunschbrunnen, Wünschgewasse, unsere Toten verhöhnt. Und später haben sie auch die Stimmen nachgemacht von Menschen, die sterben und keine Luft mehr bekommen. Ihr wisst ganz genau, auf was ich hinaus will, oder auf was Sie hinaus sollten. Später bin ich zu ihrer Lehrerin, habe gesagt, wie respektlos ihre Klasse ist, 10. Klasse.